herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei rettog gamble ich spiele heute free fire denn heute ist freitag freitag f free fire und genau ich würde sagen ich spiele eine runde bettroyal neu muss gerade update ziehen und bettroyal und danach spiele ich gleich squat und wenn gleich sport nicht geht dann gleich sport ranket gleich sport ach ja gleich okay die erste runde geht los don't even think about running away sweetie ich glaube ich muss da landen wo eine siebe ist ich weiß nicht ob ich heute es ist so warm bei mir in der wohnung es ist jetzt noch 27 grad obwohl ich die nacht über aufgelassen habe jetzt habe ich zwar zugemacht so Okay. Okay. Warm. Hier rein. Okay. Das sind doch schon wieder da. Okay. Ich habe eine Minute Zeit hierfür. Habe ich alles richtig gemacht? Ah, ich habe jetzt das Gewehr von Kinner bekommen. Ich habe das Gewehr von Kinner bekommen. Gut, gut, gut. Gut. Gut, gut. Das war's für heute. 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 gut ich bin mit ihm verbunden okay ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Hm, bin ich das richtig? Oh, ich mach das auch mal falsch. Oh, ne Torgel. Hier gibt's Ressourcen. Haben die alle keinen Bock mehr? Umsonst die Spritze gekocht. Mensch. Mensch. Ja. 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 Oh shoot. Double kill. Triple kill! Egal, ist so ob ich gewonnen. 3445, ist gut. Ah, beinahe vergessen, ist ja das Ende. Danke schön für das Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal nichts mehr überlegt seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.